Das Rennen findet nicht statt. Der Zeitplan am heutigen Tag, am heutigen Samstagnachmittag, ist verändert worden. Das heißt also, das Rennen heute Abend, das geplant war, wird nicht stattfinden. Jetzt die Ehrenrunde mit einer anschließenden Gedenkminute und wir bitten euch dann, wenn die Fahrer an der Unfallstelle angekommen sind, euch an dieser Gedenkminute zu beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, liebe Motorsportfans. Die Fahrer sind jetzt an der Unfallstelle angekommen und wir bitten euch jetzt gemeinsam mit dem Fahrer um eine Gedenkminute für den verunglückten Fahrer. Dankeschön. So, liebe Motorsportfans. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR